Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyward News. Ihr habt noch keine Ahnung wer der Manobot ist oder was Skyjuice ist? Dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, denn ich werde heute alle diese Fragen beantworten. Bevor das Video beginnt, habe ich noch eine kleine Anmerkung. Wenn ihr Fragen habt auf Skyward und gerade Manu nicht da ist, um ihn zu fragen, könnt ihr auch gerne hier unter dem Video von Skyward News diese Frage stellen. Dann werde ich diese Frage im nächsten Video beantworten. Das Positive daran ist, dass dann auch andere Spieler, die vielleicht dieselbe Frage haben, auch informiert werden. Fangen wir einfach mal an mit dem, was neu ist. Manu gibt es jetzt als Bot auf Discord. Den kann man privat anschreiben, wo er einem dann die Fragen beantwortet oder im Discord unter Bot Comments zum Beispiel verarschen. Das haben Ulando und ich gemacht. Was noch neu ist, ist, dass es nun zu den zwei Lootboxen, die man bekommt, wenn man einen Kommentar schreibt, auch noch einen Upvote von Manu auf Steam mitbekommt. Um einen Kommentar zu schreiben, benötigt ihr aber einen Steam mit Account. Bei genaueren Fragen würde ich mich da an Emanuel oder an Abwasserrohr wenden. Neu ist außerdem, dass der Admin Shop wieder verfügbar ist. Unter Slash Store kann man dort jetzt Sachen fair kaufen und auch ankaufen. Die Preise dort sind aber teurer als die zum Beispiel von Abwasserrohr oder von anderen Spielern, die in der Shopinsel einen Shop haben. Also lohnt es sich dort, mehr zu kaufen. Man kann sich jetzt auch das erste mit einem Techa-Pack gemachte Getränk auf Skyroad machen. Und zwar Sky Juice. Sky Juice ist ein Getränk, was einen für 30 Sekunden Haze 2 gibt. Es soll den Zucker aus dem alten SV setzen. Für die Leute, die nicht wissen, was der Zucker aus dem alten SV war. Man konnte im alten SV Zucker einnehmen bzw. essen und hatte dann Haste. Der Vorteil zu dem alten SV ist einfach, dass man unendlich viel Zucker zu sich nehmen konnte. Währenddessen man jetzt immer nur 3 Sekunden Haste 2 hat. Die Rezepte kann man sich jetzt auch anzeigen lassen mit den Befehlen Rezept oder Rezepts. Was noch neu ist, ist, dass man in den Städten einen Bilderrang verteilen kann. Bei Städten wie Altonarien oder Abwasserstadt, die auf Plots basieren und wo nicht jeder überall bauen kann, ist der Bilderrang sehr effektiv, da der Stadtbesitzer dann den Spielern den Rang geben kann, den diese benötigen, um überall bauen zu können. Um einem Spieler den Bilderrang zu geben, muss man Sash T, Rank, Add, der Name des Spielers, und dann Bilder setzen. So wie man auch Assistant oder Helper geben kann. Ich finde es übrigens sehr schön, dass Manu die Themen, die ich im Video beantworte, in den Chat schreibt. Was sich am Discord auch verändert hat, ist, dass man den Report nicht mehr sehen kann. Was auch gut ist, da den Report sowieso nur das Team angeht. Und etwas, somit man auf Skyroad MSV jetzt auch sehr schnell Geld machen kann, sind alle Arten von Protection Bücher. Das heißt, Blast Protection, Protector Protection, Fire Protection und so weiter. Da man sich das jetzt auf die Rüstung machen kann und damit eine ziemliche OP Rüstung hat. Das heißt, wenn man auch sehr viele Protection Bücher hat, kann man die gut zu Geld machen, da jetzt jeder so eine Rüstung haben möchte. Falls ihr so eine Rüstung haben wollt, kann ich euch Flyerchen empfehlen, da dieser im alten SV auch sehr viel AFK gefarmt hat und so gut wie jedes Buch hat. Nur er verbrennt die halt sehr häufig, weil er einfach zu viele von denen hat. Vielleicht hat er aber noch einige über, für die man einen Preis ausmachen kann. Notfalls habe ich selber auch noch ein paar dieser Bücher. Das heißt, bei Interesse einfach anschreiben. Kommen wir aber auch schon zum wöchentlichen Farmevent. Das wöchentliche Farmevent ist ein Random Farmevent. Dort wird nur gezählt, was man abgebaut hat. Das heißt, es kann alles sein. Blätter, Steine, Erde, Karotten. All das kann abgebaut werden. Wichtig ist nur, man muss es in der Farmwelt abbauen. Der 1. Platz geht an Younger TV. Der 2. geht an Oldschool Tabu. Der 3. an K-Ra. Der 4. an Force of Yannick. Und der 5. an Krippi. Wie immer gibt es aber nicht nur da ein Farm-Event im Survival, sondern auch ein Bau-Event im Bau-Event. Genau. Der 1. Platz geht an Yin-Yang13. Das war, sobald ich weiß, sogar das erste Mal, dass Young im Bau-Event gewonnen hat. Also nochmal Abklaus von mir an der Stelle für dich, Young. Er hat 12 SBI bekommen. Der 2. Platz geht an Krippi mit 13 EP. Der 3. Platz geht an Klein-Luzi mit 5 EP. Der 4. Platz geht an Jacka-Niels mit 2 EP. Der 5. Platz geht an Sturm-Gänster mit 1 EP. Alle anderen Bauwerke sind natürlich auch wieder auf Steam mit zu finden. Einen Link dazu packe ich euch in die Beschreibung. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es jetzt einen Mahn-Bot gibt, der Yin-Yang13 im Bau-Event gewinnen lässt, damit er ihn mit Skyjuice töten kann, den er unter Slash Rezeps gefunden hat, um seine Sachen im Admin-Store, den es jetzt wieder neu gibt, zu verkaufen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao, Leute! Wann bin ich eigentlich auf den Kopf gefallen? तtomatisch. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020